So ist Bain denn in Arkham City? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Das war's für heute. Der Klan ist tot, dass ich das noch erleben darf. Der Klan ist also zurück, hm? Erklärt einiges. Ich hab überall in Arkham City diese komischen Fragezeichen gesehen. Es mal aufhören zu schneiden. Erklärt einiges. 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 Das war's für heute. 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 Batman, das war's für heute. 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 enciaGH-DARG Das war's für heute. 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 Das war's für heute.